Ich habe Bock auf Käse oder sowas dieses Jahr. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Okay, ähm. Ach, ne, 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 ne. Alter, nein, nicht dieses Jahr. Also Leute, immer dran denken, für den Notfall, immer ein bisschen Nutella, hier im Handschuhfach. Hey, hey du, hey, 2K. Äh, entweder ich bin so müde und bilde mir hier gerade alles ein, oder, ja. 2K. Sag mir, warum du jede Einkaufstour Nutella essen musst? Na ganz einfach, ich liebe Nutella und zu jeder Einkaufstour gibt es ein Nutellabrot, beziehungsweise 2 Nutellatoast. Du könntest doch auch mal Marmelade essen, jedes Mal Nutella. Das fuckt doch deine Leute, die deine Videos angucken, auch langsam ab. Ja, fuckt es euch ab? Ich glaube nicht. Nein, zu jeder Einkaufstour muss es Nutella geben, so ist es halt einfach mal. Kann man nix machen. Ich hab keinen Bock mit dir zu diskutieren. Iss endlich mal Marmelade, Käse oder irgendwas anderes und lass uns in Ruhe. Hey, was soll der Scheiß? Hey, Emmentaler. Man muss ja nicht jedes Jahr mal dasselbe essen. Man muss ja auch mal seine Rituale irgendwie ein bisschen brechen. Hey, 2K. Hey, 2K. 2K. Was ist das? Nein, nicht schon wieder. Du musst dich stärken für die Einkaufstour. Du musst mehr Nutella essen. Ja, Leute. Gut, es gibt gewisse Rituale, die man halt einfach nicht brechen sollte. Äh, ja, äh, mit ganz viel Liebe gibt es dieses Jahr, ähm, ja, äh, also ein Nutella-Brot. Ähm, ja, das würde ich mir jetzt gönnen und, ja. Gut, 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 gut.